Ich möchte dann hier jetzt nochmal die Zeitverläufe des Eintaktflusswandlers betrachten, dazu habe ich die Schaltung hier in LTSpice mal aufgebaut, das heißt wir sehen hier auf der linken Seite haben wir diese Primärseite des Eintaktflusswandlers, wir haben den Schalter, wir haben diese Entmagnetisierungswicklung, eine Freilaufdiode, ich habe jetzt hier modelliert die Hauptinduktivität extra parallel zu dieser Induktivität, die in Serie ist, zu dem Schalter. Die Induktivitäten L4, L2 und L3 sind verkoppelt, das heißt auf einem gemeinsamen Kern und dann wirkt jetzt hier diese Hauptinduktivität, weil die viel kleiner ist als die parallel geschaltete Induktivität, als maßgeblich energiespeichernde Induktivität, das was wir zwar eigentlich nicht wollen bei dem Flusswandler, was wir hier aber kriegen bei realen Transformatoren. Auf der Ausgangsseite, wie gesagt, haben wir diese Schaltung, die einem Tiefsetsteller entspricht und wir wollen uns jetzt zunächst mal angucken, wie sehen die Verläufe aus auf dieser Ausgangsseite und dann nochmal konkreter darauf eingehen, auf diese Hauptinduktivität und diese Entmagnetisierungswicklung, sowie auf die Spannungs- und Strombelastung des Schalters, die wir da vorne haben. Ich habe dann jetzt hier auf der rechten Seite die Simulationsergebnisse, das heißt hier oben als allererstes die Steuerspannung von dem Schalter, das heißt immer, wenn wir hier auf 1 Volt sind, ist der Schalter ein, wenn wir auf 0 Volt sind, ist der Schalter aus. Das heißt, wir haben hier die Einschaltzeit D mal T, T1 und hätten hier diese Periodendauer T des Schalters. Das wäre jetzt das Steuersignal und jetzt wollen wir uns zunächst mal angucken, wie sehen die Signale für die rechte Seite aus, für diese Tiefsetstellerschaltung, deswegen lösche ich mal ganz kurz diese unteren Verläufe, die uns jetzt noch nicht interessieren. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die Verläufe sozusagen nur auf der Sekundärseite, wir haben hier oben das Steuersignal D mal T, dem der Schalter angesteuert wird. Immer wenn der Schalter angesteuert ist, wird jetzt hier die Eingangsspannung UE an der Hauptinduktivität anliegen, rüber transformiert werden. In diesem Fall haben wir jetzt ein Übersetzungsverhältnis von 5 zu 1 primärseitig zu sekundärseitig, weil die Induktivitäten um den Faktor 25 unterschiedlich sind. Das heißt, ich werde ein Fünftel der Spannung auf der Sekundärseite kriegen, hier 48 Volt geteilt durch 5 macht knapp unter 10 Volt. Das ist diese Spannung, die wir dann haben, die Spannung UD. Diese Spannung hier, die wir kriegen und dann sehen wir, während der Einschaltzeit sperrt diese Diode D2. Es wird dann hier diese Spannung rüber transformiert werden mit dem Übersetzungsverhältnis N sekundär zu N primär mal UE. Das heißt, hier 1 zu 5 mal diese 48 Volt. Während der Einschaltzeit die Diode D2 wird sperren. Gleichzeitig beim Einschalten des Schalters S über das Steuersignal wird die Diode D1 leiten und dann den Stromfluss in der Induktivität übernehmen. Das heißt, hier die Spannung VUDUA, das ist die Differenzspannung UL. Sieht genauso aus wie beim Tiefsetsteller. Das heißt, wenn wir hier jetzt die Nulllinie irgendwo einzeichnen, wäre die in etwa hier. Und dann sehen wir, während der Einschaltzeit des Schalters kriegen wir eine positive Spannung an der Induktivität. Das heißt, hier diese Spannung N sekundär zu N primär mal UE minus UA. Und während der Ausschaltzeit wird die Induktivität einen weiteren Stromfluss erzwingen. Hier haben wir kontinuierlichen Stromfluss in der Induktivität. Und damit wird dann die Diode D2 eingeschaltet sein während des ganzen Intervalls. Und wir kriegen dann hier die Spannung minus UA während der Ausschaltzeit. Die Flächen sind wieder gleich und tatsächlich haben wir dann hier dieselben Verläufe wie beim Tiefsetsteller. Das heißt, der einzige Unterschied ist, beim Tiefsetsteller hatten wir hier die Spannung UE. Jetzt haben wir hier die Spannung NS zu NP mal UE, das heißt mit dem Übersetzungsverhältnis dieses Transformators, gewichtet. Und damit haben wir also diese zusätzliche Beeinflussung durch das Transformator-Übersetzungsverhältnis. Der Strom in der Induktivität ist wieder dreieckförmig. Die beiden Dioden D1 und D2 führen hier abschnittsweise den Strom. Haben also hier so trapezförmige Stromverläufe. D1 dann eingeschaltet gleichzeitig, wenn der Schalter S1 eingeschaltet ist und D2 gleichzeitig, wenn der Schalter S ausgeschaltet ist, wenn wir hier im kontinuierlichen Betriebsmodus sind. Jetzt könnten wir hier noch den diskontinuierlichen Betriebsmodus machen, indem wir zum Beispiel den Lastwiderstand deutlich größer machen. Das habe ich jetzt hier mal dargestellt. Das heißt, wollen wir uns das auch angucken. Ich habe jetzt die Einschaltzeit hier oben nicht verändert. Das heißt, wir werden weiterhin dieselbe Einschaltzeit kriegen. Während des Einschaltens kriegen wir die Spannung N sekundär zu N primär mal UE wieder an dieser Diode. Während des Ausschaltens, wenn wir hier eine Spannung von 0 Volt kriegen, beziehungsweise an der Induktivität die Spannung minus UA, hier N sekundär zu N primär mal UE. Dann ist jetzt hier bereits vor dem Einschalten wieder das Spannungszeitflächengleichgewicht erfüllt. Das heißt, hier sehen wir, die negative Spannungszeitfläche wird den Strom in der Induktivität so weit abmagnetisieren, dass wir vor dem weiteren Einschalten des Schalters wieder zu Null geworden sind. Dann schaltet die Diode D2 aus. Die Spannung hier springt dann auf den Wert 0 Volt an der Induktivität, beziehungsweise an der Diode auf den Wert der Ausgangsspannung. Das heißt, wir haben hier die Spannung UA gleich wie beim Tiefsetsteller und wir sehen, die Stromverläufe in der Diode D1 und D2 sind jetzt hier dreieckförmig. Das heißt tatsächlich, bezogen auf diese Ausgangsgrößen, haben wir jetzt dasselbe Verhalten wie beim Tiefsetsteller. Der einzige Unterschied ist hier, dass mit dem Übersetzungsverhältnis die Eingangsspannung gewichtet wird. Jetzt gucken wir uns noch genauer an. Hier primärseitig, wie sieht das jetzt an dem Schalter aus und wie funktioniert jetzt diese Entmagnetisierungswicklung. Habe ich jetzt wieder umgestellt auf den kontinuierlichen Betriebsmotor und jetzt wollen wir uns diese Verläufe angucken. Die habe ich hier unten dargestellt. Die wollen jetzt genauer diskutieren, weil die beziehen sich jetzt sozusagen auf die Primärseite. Das, was jetzt der Unterschied ist zum Tiefsetsteller, deswegen löschen wir jetzt mal die oberen raus. Eine Sache lasse ich drin, das ist jetzt hier oben der Strom ID1. Bei denen benötige ich, um den Strom im Schalter erklären zu können. Das wollen wir uns jetzt angucken. Das heißt, wir betrachten jetzt hier wieder die Primärseite. Was wollen wir jetzt anschauen? Wir wollen jetzt anschauen zum Beispiel den Strom in dem Schalter IS1. Wir wollen uns anschauen den Strom in der Hauptinduktivität. Nennen wir den ILH. Die Spannung an der Hauptinduktivität. ULH. Achtung, die soll sich jetzt beziehen auf diese Hauptinduktivität und nicht auf die Wicklung L4. Und den Spannungsverlauf am Schalter sowie Strom durch den Schalter und Strom durch die Freilaufdiode. Das möchte ich jetzt nicht weiter einzeichnen, damit es nicht noch unübersichtlicher wird. Schauen wir uns zunächst mal an den Stromverlauf im Schalter. Wenn wir den betrachten, dann sehen wir, dieser Stromverlauf im Schalter ist jetzt hier auch so trapezförmig. Tatsächlich ist der Stromverlauf ähnlich zu dem Stromverlauf ID1, den wir hier oben haben. Der Transistor bzw. der Schalter hier wird den Strom führen, wenn die Diode D1 eingeschaltet ist. Das heißt, wir haben hier den Strom ID1. Dieser wird natürlich während der Einschaltphase des Schalters rüber transformiert. Das heißt, es fließt hier der Strom aus dem Transformator raus und fließt hier dann sozusagen in den Transformator rein. Aber gewichtet mit dem Übersetzungsverhältnis. Das heißt, wir kriegen hier einen Strom ID1 durch 5 in diesem Fall, weil unser Übersetzungsverhältnis primär zu sekundär den Faktor 5 beträgt. Die Spannung wird um den Faktor 5 reduziert. Das heißt, der sekundäre Strom ist um den Faktor 5 größer als der primärseitige Strom. Und dann sehen wir hier tatsächlich, der Strom durch den Schalter setzt sich jetzt zusammen aus dem Strom durch die Hauptinduktivität plus diesen rüber transformierten Strom ID1. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dieses Diagramm, wo der Strom IS1 drin ist, den Strom ID1 durch 5 ergänze, jetzt hier in blau dargestellt, dann sehen wir tatsächlich, dieser Strom IS1 ist in etwa ähnlich wie der Strom ID1 durch 5. Aber wir sehen hier eine kleine Unterscheidung, woran liegt das? Das liegt jetzt an diesem Strom durch diese Hauptinduktivität, diesen Magnetisierungsstrom. Das heißt, tatsächlich fließt hier während dieser Einschaltphase noch ein zusätzlicher Stromanteil. Ich kann jetzt mal einzeichnen, es wird hier dieser zusätzliche Stromanteil fließen. Das wäre jetzt der, das ist hier so gestrichelt, der Strom ILH, der nochmal hier unten dargestellt ist, der dadurch entsteht, dass wir hier halt eine positive Spannung an dieser Hauptinduktivität anlegen und damit ein Magnetfeld im Kern dieses Transformators aufbauen. Und dieses addiert zu dem Strom ID1, geteilt durch dieses Übersetzungsverhältnis ergibt den Strom IS1. Das heißt tatsächlich, das hier ist jetzt ID1 durch 5 plus ILH während dieser Einschaltzeit. Deswegen dieser kleine Unterschied. Das erklärt schon mal den Stromverlauf durch diesen Schalter. Wir haben dann hier diese Hauptinduktivität. Wir hatten gesagt, wir brauchen dafür diese Endmagnetisierungswicklung. Und warum? Wenn wir jetzt nach dem Einschalten des Transistors zum Zeitpunkt D mal T hier diesen Schalter ausschalten, dann haben wir hier einen positiven Strom in der Hauptinduktivität. Das heißt, diese würde eine Spannung induzieren, um den Stromfluss weiter zu ermöglichen. Der Strom ist hier die energietragende Größe und die Energie kann nicht springen. Es wird dann hier also eine sehr hohe Spannung induziert werden. Tatsächlich haben wir gesagt, das gibt diese Endmagnetisierungswicklung. Die als Freilaufdiode wirkt ähnlich wie beim Sperrwandler. Nur dort die Energieübertragung hier. Jetzt die Energieübertragung für die in der Hauptinduktivität gespeicherte Energie zurück in die Quelle. Das heißt, beim Ausschalten wird jetzt die Diode D1 in Flussrichtung gepolt werden. Dadurch wird jetzt hier an die Hauptinduktivität eine negative Spannung angelegt, wenn der Wickelsinn hier unterschiedlich ist. Das heißt tatsächlich, hier haben wir das gleiche Wicklungsverhältnis. Es wird vorher plus 48 Volt angelegt, jetzt minus 48 Volt und dann magnetisiert jetzt hier diese Hauptinduktivität ab. Das heißt, wir haben vorher eine Stromzunahme mit UE durch LH und jetzt eine Stromabnahme mit minus UE durch LH. Und das sehen wir auch. Hierdurch ist jetzt das maximale Tastverhältnis, was wir bei diesem Eintaktflusswandler erreichen können, eingeschränkt. Weil, wenn wir hier länger als die halbe Periode einschalten bei diesem festgesetzten Übersetzungsverhältnis, könnten wir nicht mehr bis auf Null abmagnetisieren. Und das heißt, in folgenden Zyklen wird der Kern immer weiter aufmagnetisiert werden, bis er letztlich in die Sättigung gehen würde. Und dann würde der Transformator keine Energie mehr übertragen. Als letztes wollen wir uns noch die Spannung am Schalter angucken. Hier unten haben wir die Spannung US. Während des Einschaltens natürlich haben wir eine Spannung von 0 Volt am Schalter, solange er eingeschaltet ist. Dann, während des Ausschaltens, solange die Diode DF1 in Flussrichtung gepolt ist, wird jetzt hier beim Übersetzungsverhältnis 1 zu 1 zwischen diesen primaseitigen Wicklungen die doppelte Eingangsspannung am Transistor als Sperrspannung auftreten. Warum? Tatsächlich legen wir ja in diesem Zustand eine positive Spannung UE vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt an diese Primärwicklung an. Und dann wird an allen Sekundärwicklungen, jetzt hier L2 und L3, eine Spannung induziert in derselben Richtung, gewichtet mit den Übersetzungsverhältnissen. Das heißt, es tritt hier dann diese Spannung UE in diese Richtung auf. Und wenn wir jetzt hier die Masche auswerten würden, diese Masche, wo der Schalter drin ist, dann würden wir sehen, tatsächlich die Schalterspannung ist gleich der Spannung über dieser Wicklung in diese Richtung plus der Eingangsspannung, also dann zweimal UE. Und das erklärt, warum wir dann hier die Spannungsbelastung zweimal UE kriegen. Und dann, wenn die Diode DF keinen Strom mehr führt, wird hier die Spannung zu Null werden. Dann damit auch die Spannung über diese Wicklung und die Spannung wird letztlich auf den Wert plus UE dann hier absinken für den Rest dieses Zeitintervalls. Das heißt tatsächlich, wir haben hier einmal das Einzeitintervall mit der Dauer d mal t, hier ein zweites mit der Dauer d mal t für die Abmagnetisierung und dann hier ein Restzeitintervall bis die Periode zu Ende ist. Hier takten wir mit 100 Kilohertz. Und dann sehen wir in diesem Zeitintervall ist dann die Spannungsbelastung nur noch plus UE am Schalter. Das heißt, wir sehen die Nachteile dieser Schaltung. Wir kriegen eine Spannungsbelastung, die doppelt so hoch ist wie die Eingangsspannung. Bei diesem Übersetzungsverhältnis 1 zu 1 und das Tastverhältnis ist eingeschränkt. Das heißt, das Tastverhältnis ist kleiner als 0,5. Für die Gleichung und alles bezogen auf die Ausgangsseite können wir dasselbe anwenden wie beim Tiefsetsteller. Da hat sich ja nichts geändert, haben wir vorher gesehen. Das heißt, wir werden diese Ausgangsseite dimensionieren wollen genauso wie beim Tiefsetsteller nur das Übersetzungsverhältnis des Transformators rein. Und hier vorne auf der Primärseite, was muss man beachten? Natürlich die Stromverläufe im Schalter, dass wir eine ausreichende Entmagnetisierung haben. Das Tastverhältnis ist begrenzt und wir kriegen in Abhängigkeit von diesem Verhältnis dieser beiden Primärwindungen zueinander eine relativ hohe Spannungsbelastung am Schalter. Das Tastverhältnis ist eine relativ hohe Spannungsbelastung am Schalter.